Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA den Abschuss strategischer Marschflugkörper von einem Kriegsschiff aus überwacht. Der Test habe dazu gedient, die Kampffunktion des Schiffes und die Eigenschaften seines Raketensystems zu überprüfen und gleichzeitig die Fähigkeit der Matrosen zu verbessern, eine Angriffsmission in einem echten Krieg durchzuführen. Das berichtet KCNA am Montag ohne das Datum des Besuchs zu nennen. Das Schiff habe sein Ziel schnell und ohne einen einzigen Fehler erreicht, so KCNA. Südkorea und die USA beginnen ab Montag ihre jährlichen gemeinsamen Militärübungen. Damit soll die gemeinsame Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Nordkorea verbessert werden.